Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Timberborn. Die Biberburg wächst immer weiter und das Gesamtgebilde ist fast komplett. Doch am Anfang, sag ich mal ganz locker vom Hocker, zünd den Knaller. Schon ist es eine Schicht weniger. Na, kann ich doch wieder aufstellen. Und ihr wollt doch nicht wieder einen Pfad von mir, oder? Na, vielleicht ja doch. Gut, ziehe ich euch mal einen durch. Und wenn es doch nicht reicht, meldet euch nochmal. Dann, was mir da noch eingefallen ist, hier unten auf der großen Plattform. Man könnte das Ganze hier unten mit dem Ganzen hier oben verbinden. Wie, fragt ihr euch? Tja, zeige ich. Einmal auf der rechten Seite mit der Plattform hier so schön entlang. Und hier dann die Treppe dran. Oh, so und so. Na, was sagt man denn dazu? Da könnt ihr gleich nach oben stiefeln. Wenn es euch beliebt. Dann, wollte ich hier unten noch ein Lagerfeuer unterbringen. Ich warte jetzt nicht noch länger, bis das hier freigeräumt ist. Weg damit. Kommt gleich an anderer Stelle wieder. Das wäre dann... Ich suche mich immer hier dumm und dämlich. Lagerfeuer hin. Schnell aufbauen. Und hier oben, da kommen da noch Lagerhäuser hin. Zwei Stück. Unterirdische. Da wird es leider nichts damit. Aber die normalen, die reichen ja auch. Wie dick waren die denn? Drei in der Breite. Da bin ich ja auch wieder fast am Ufer dran. Aber egal. Dann... Schneller. Und was ich auch noch tun wollte. Hier drüben die... Was war das? Die Holzwerkstatt. Die tauschen wir aus. Da kommt dann noch eine Papierfabrik hin. Nehmen wir von links. Hier hoch. In die rechte obere Ecke. Holzwerkstatt. Habt da schon mal die Leitung verlegt. Anschluss gibt's auch. Oh, da kommen die Biber jetzt ins Schwitzen. Da müssen sie wieder ackern. Da wird dann... Nur die Nahrung eingelagert. Dass wir uns da verstanden haben. Kein anderer Kram. Na gut, vielleicht die Bücher noch. Aber ansonsten... Geht das auf der linken Seite vielleicht auch? Oh... Theoretisch... Ja. Aber will ich das in der Praxis? Das müsste dann... Doch, von der Höhe kommt das hin. Könnte ich bis hierhin durchziehen. Gerade wird's nichts. Hm... Könnte ich aber so... Oh... Das mach' ich. Da geh' ich hier... Über die Dächer. Da kenn' ich nichts. Und dann... Hier... Irgendwie noch weiter. Da muss ich hin. Zubauen möchte ich nicht. Da komm' ich aber wieder mit der Treppe nicht nach unten. Muss ich ja doch ja noch eine Reihe dran... Dransetzen. Na gut. Oh! Bisschen hoch. Meint ihr nicht auch? Also... Das muss man mal tiefer setzen. So. Dann können die Treppe da dran. Und wir können drüber. Oh... Da kann da sogar noch was mit hingebastelt werden. Aber was? Noch mehr Lagerhäuser. Vielleicht noch... Dachterrassen. Oder noch Hütten. Geht ja auch. Könnte man sich überlegen. Na? Da fahrt ihr drüben. Da ist ja schon fast fertig. Jetzt sammeln sich auch die Holzscheide wieder an. Habt da mal die Sägewerke pausiert. Und das steht hier auch. Endlich unten. Ach, Reiter zählen alle Siedlungen rein. Wie sieht's hier aus mit dem Wohlbefinden? 19 Punkte. Na aber. Nur noch die gegrillten Kastanien und Ahorngebäckstücke, die wir da irgendwie mehr produzieren müssen. Kommt aber auch noch. Zeit euch dessen gewiss. Habt da auch schon eine Idee, wo man das Ganze aufstellen könnte? Ich schiebe da mal ganz unauffällig auf den oberen Bereich hier. Und... Ach genau. Das fange ich jetzt an, dass ich das nicht wieder vergesse. Wollte ich schon zwei Folgen lang machen. Einmal das Rohrsystem hier... Herstecken. Halt. War ich wieder so schnell. An der Stelle bräuchte ich noch eine Treppe. Mindestens die eine. Auch wenn da geht. Hauen wir da noch zwei Stück mit dran. So, da wäre ich hier oben dann. Das muss weg. Die drei hier. Seid mal so freundlich. Zu viel. Weg. Na, da hat sich aber noch nicht so viel getan. Hätte jetzt mit mehr gerechnet. Oh. Die Holzwerkstatt hier oben. Die steht. Da kann die hier unten weg. Ach ja, du hast keinen Anschluss jetzt mehr. Aber mir sowas von egal. Sprengstoff. Habe ich ja noch ein bisschen im Lager. Da können wir jetzt auch mal warten. Papier. Einmal so. Und da... Pflanze ich euch noch zwei schöne Sträucher mit. Das mit der Leitung. Hm. Ich kann es ja schon mal... So andeuten. Wie ich es gern hätte. Gehe ich dann mal hier oben... Über den Deich drüber. Einmal schön lang. Anschließen kann ich das Ganze... Ähm... Oh. Muss ich sogar... Einmal hier anschließen. Also... T-Stück rein. Weiter geht's. Bis hier hin. Da komme ich dann... Um die Ecke rum. Brauche ich noch... Eine Plattform. Ansonsten nichts weiter. Da oben lang. Hier dann... Ähm... Tü-Tü-Tü-Tü... Da muss ich... Hier schon. Nach oben. Ah... Muss ich doch noch mal kurz rausreisen. Ja. Dann... Dann... Ach da ja auch noch. Leute, Leute, Leute. T-Stück. Plattform. Und den Rest. Vom Erdbeerfest. Alles... Priorisieren. Was da so schönes steht jetzt. Dann kann das kleine Stück dann raus. Und hier noch was hin. Und hier noch was hin. Ah... Da kommen sie. Angerannt. Oh. Da dachte ich, ihr werdet schon fertig hier drüben. Aber die Lagerhäuser, die stehen ja schon. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Kein Mehl. Das weg. Lassen wir sein. Brauchen wir nicht. Bleibt aus. Lasst stecken. Sucht euch einen anderen Ort. Das noch. Und das Mehl. Weizen auch. Gleich jetzt nochmal hier drüben. Bestimmt wieder was übersehen. Den Ahornsirup glaube ich. Ja. Unnötig. An dieser Stelle. Achso. Er kommt ja sowieso noch nicht hoch. Och. Na das ging ja. Plot ging das. Ähm... Da... Auch nochmal. Dann stimmt's wieder. So denke ich. Kann ich da schon mal drüber bügeln? So. Einmal und... Ja, auch noch einmal. Ach, nicht doch den Pfad. Was habt ihr denn gegen den Pfad? Achso. Ihr wolltet andeuten, dass ich das breiter machen kann. Ja. Die Leitung. Da komm ich noch dran ran, falls ich muss. Na komm schon, komm schon. Prächtig. Dann als nächstes bitte hier die Papierfabrik. Was? Zu weit? Schon wieder denselben Fehler begangen. Hm. Die Lernkurve ist aber auch konstant auf einer Linie. Da fragt er sich wieder, warum es nicht weiter geht. So, und nun? Was? Kommt hier noch drauf? Wie viele arbeitslose Biber? Ach und 20 Stück. Na gut, dann brauch ich vielleicht doch nicht unbedingt noch mehr Hütten. Gibt's halt zwei Dachterrassen. Ah, das hat doch was. Da fühlt man sich wohl, da will man wohnen. Ach ja. Hab es auch geschafft, die zweite Dachterrasse hier oben in der Ecke auch noch mit rein zu bekommen in den Bereich. Leider nicht das Freibad. Aber immerhin. Kann man ja mal ansprechen. Och. Da wollte ich ja auch noch eine Bank in die Mitte. Und warum hier noch frei? Warum da keine Karotten? Besser. Ah, jetzt ja. Dann könnt ihr hier ran, dort weitermachen, das aufstellen. Nicht doch den Pfad. Die Plattform. Wasserturm. Gut, 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 gut. Dann überprüfe ich doch schon mal. Wasserturm. Hm. So. Könnte ich dann alles erreichen. Stell ich mal auf. Keine Angst, da wird nicht aufgebaut. Ich will da nur mal was abmessen. Sag ich mal. Oh, das geht auch. Klar. Hm. Also der Pfad dann an die Stelle. Zack. Und nach oben hin. Hier. Ja. Das machen wir so. Und jetzt drum herum. Das finde ich nicht dumm. Nochmal einen schönen Deich. Oh ja. Wenn es geht, hier gleich weiterführen das Ganze. Und da kappen wir die Verbindung. So will ich das. Haut mir mal das Gehölz da weg. Möchte noch weiter nach oben. Ach, mit den zusätzlichen Schlepperposten. Da flutscht es jetzt. Und wie ich gerade sehe, dass wir ja auch noch die ganzen Bienenstöcke hier verteilen müssten. Hm, kommt noch. Steht alles auf der Liste. So. Hm. Waren wir schon irgendwie klar, dass er da nicht überall hinkommt. Oh, 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 dann gehe ich nochmal. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Hm. Hm. Muss ich heute mal kurz ein kleines Gerüst aufstellen. Da, 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 geht auch. Ja. Dann, so, so. Hier drüber, knick, knack, zick, zack, andere Seite wieder runter. Äh, eins mehr brauche ich noch. Und, Treppe dran. Ich hoffe, es hilft. Dann schön hier eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Oh, ihr seid bereit? Super Sache. Fahrt dran. und einmal hier nach links. Einmal hier nach links. Einmal da nach links. Und alles, was im Wege steht. Ihr wisst ja Bescheid. Macht mal gleich alle, wenn ihr da rankommt. da muss ich nichts mehr tun. Da muss ich abwarten. Da habe ich schon alles gemacht, was ich machen wollte. Ja, muss das Stück jetzt nur noch irgendwie beseitigt werden. hier drüben habe ich soweit auch alles. Da muss jetzt nichts mehr hin. Was man höchstens noch mal versuchen könnte. Was passiert, wenn wir euch hier verbinden? Hm. Die Wasserpumpe kommt weg. Eine hier, eine da. Und die kloppen wir wieder in die Tonne. So, Verbindung will ich haben. Karotten rausziehen. Hurtig, hurtig. Oh, das ist sogar die richtige Höhe. Oder? Nein, ist sie nicht. Verdammt, nochmal. Naja. So, hier. Warum steht da keine Treppe? Großes Fragezeichen meinerseits. Die brauchen wir doch. Und dann so, so. Oh, wollen wir mal Ach, hier. Punkte raushauen. Nehme ich. Kauf ich. Brauche ich. dann war da doch auch noch genau, die mechanische Wasserpumpe. Könnte ja auch mal getestet werden. Und die Mine. Dann ist aber wirklich alles in unserem Besitz. Jawohl. So ist es. Gut, dann werde ich mal probieren wollen. mit so einer Metallhängebrücke. Äh. Geht doch nicht. Weil ich den Zaun da stehen habe. Das kann man aber ändern. Dann aber vorher noch wieder den Strauch hin. Da war doch noch irgendwo einer der gesetzt werden musste. Hier drüben da noch einen hin und da dann zwei Biberstatuen noch mit reingequetscht. Habe ich genau gesehen. dann kann ich hier jetzt ansetzen. Oh ja Plattform hin Oh 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 Ähm 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 vielleicht ein anderen Mal Passt Nächste dran Passt Nächste dran Passt Oh Ähm Eins Zwei Kürzer tut's aber auch Oder Na doch noch eins länger Ja ich weiß ich wieder Dann muss das weg Und das hier Ach die Strickte müssen durch Tore getrennt sein Dann doch wieder eins kleiner Und noch eine Plattform Oh Erstens mal tiefer Zweitens falsch Da muss Oh Geht ja auch nicht ins Eck kann ich das nicht reinsetzen Ach wisst ihr Also noch eins kleiner Einmal so Einmal hier Einmal Treppe Und Fahrt Ha Na Geht doch Müssen wir nur noch überall dran kommen Erreichbar 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 Das wird noch Daumen drücken Schöne solide Hängebrücke Wald ist voll Da darf ich wieder zündeln den Bereich Es reicht Ich mache noch nicht mehr Das wird wieder zu viel Aber ich kann schauen Ob ich hier jetzt überall rankomme wo ich rankommen will Ja Ja Wunderbar Dann bringen wir das jetzt noch auf eine Höhe Perfekt Ja die der Großteil der Arbeit für heute ist erledigt Nur noch einmal aufs Knöpfchen drücken und dann können wir hier in der nächsten Folge in aller Frische weitermachen Da wird mal akkurat das gesamte Gebilde hier was für Mehl und Brot und Co zuständig ist hier hoch verlagert Hätte ich hier Platz um vielleicht sogar noch ein Karussell aufzustellen hatten wir ja auch noch keins in dem Bereich müsste man machen kostet 50 Metallblöcke was und da greift ihr jetzt auf die Holzbrücke zurück gibt's den Dreier nicht auch als Metall also das lasse ich nicht mit mir machen glab wohl auch mit mir kann man machen nö da habe ich was dagegen das muss doch wo war das jetzt wieder zu finden hier drüben das drittor dahin ach ja wenn man will dann geht's ja doch gut das muss dann halt nochmal angepasst werden was war das jetzt Dreier nein Zweier nehmen wir bauen wir will ich haben dann kann man das doch so stehen lassen und alles weitere dann beim nächsten mal angehen Moment das mache ich jetzt schon noch wenn dann alles zusammen wird ja wohl nicht so lang dauern und wer wenn doch wieso läuft es hier nicht oh schon alle blanken weg gebuttert ja also dann ist es kein wunder kann ich lange warten getrieb wieder aufnehmen sofort ohne umwege pausen werden nicht bezahlt über stunden auch nicht urlaub gibt es kein und da bin ich noch nett heute da sehe ich was was da noch nicht hingehört da unten wollte ich auch noch ein paar windmühlen aufstellen ach was ich nicht alles machen wollte aber schön grün ist es hier jetzt oder da hole ich mir die Natur wieder ins Haus los jetzt so viel ist das nun auch nicht nachdem ich verlange und überall noch so viele Lücken wo man noch Deko aufstellen könnte ach was das wieder kostet was ich überhaupt schon gesagt was ich dann hier oben machen will nein glaube ich noch nicht dann tue ich es jetzt noch zwei schöne Förster mit rein schön Kastanien aufstellen diesmal ohne Holzfäller dass da auch ordentlich abgeerntet werden kann sonst kommt ja nichts bei rum hier da ist schneller die Axt am Baum als der Sammler an den Kastanien wenn ihr versteht kein Sprengstoff doch Papier scheint auch so langsam anzusteigen jetzt mit der zweiten Produktion aber wie gesagt das mit dem Arhorn Gebäckstücken Gregor und Co das stimmt halt vorn und hinten noch nicht da muss noch kräftig was getan werden da muss ich noch mal an den Schrauben drehen ich spanne mich ja auf die Folter anders kann ich mir das gerade nicht erklären oh die Dürre war da gar gar nicht gemerkt dann auf jeden Fall noch das steht fest wie das Amen in der Kirche hier den gesamten Bereich bis zu dem Loch freisprengen dass da tiefer ist dass da gleich alles rein fließen kann da gibt es hier mehr Vorrat was dann während der Dürre durchfließen kann wie groß das dann wird weiß ich auch noch nicht aber da kommt schon noch was da will einfach niemand hin warum auch immer na komm länger kann ich jetzt nicht warten sonst wird es wieder viel zu lang weg damit sprengen hätte ich mal ein bisschen langsamer machen müssen da kommt es ja nicht mehr klar hier bei den mega Effekten gut dann war es das endlich für heute am nächsten mal dann nochmal richtig ranklotzen und dann wird es auch so langsam denke ich mal dem Ende entgegen gehen bisschen was wird noch kommen aber so viel auch nun wieder nicht gut genug gelabert Schluss Ende aus vorbei ich sage wieder vielen Dank fürs zuschauen hat es gefallen dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten mal macht's nicht gut macht's besser glab mit glab glab glab